Herzlich Willkommen zur Top 10 Show bei PEARL TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von PEARL. Ja, liebe Zuschauer, diese Top 5 Show, die ist eine ganz, ganz besondere, die beliebteste hier bei uns bei PEARL TV, denn es dreht sich alles um die Bestseller. Die beliebtesten Produkte hier bei uns aus dem Programm und die dürfen wir Ihnen jetzt hier zeigen. Die fünf meistverkauftesten Produkte momentan, die Sie ja auch mit Ihren Bestellungen bzw. auch die anderen Kunden mit den Bestellungen gewählt haben. Deshalb gut aufgepasst, man ist ja auch immer ein bisschen neugierig. Ich bin es zumindest. Was wird denn da gerade viel bestellt? Was ist denn da bei den anderen sehr beliebt? Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Hier kommt Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 hat es ein brandneues Produkt geschafft. Unsere RFID-Schutzhüllen. Ja, und im Prinzip nicht ein Produkt, sondern zwölf Produkte. Ich lege die mal hier hin, bevor wir darauf eingehen. Ich möchte Ihnen jetzt ganz einfach mal meinen privaten Geldbeutel zeigen. So wird es bei vielen aussehen. Natürlich Kleingeld, ein paar Scheinchen drin und da hat man Karten in diesem Kartenfach. Und das kann die Bankkarte, Personalausweis, Mitgliedsausweise, Tankkarte, Gesundheitskarte, Einkaufskarte, Paybackkarte. Oh, meine Enkelin habe ich auch noch mit drin. Aber diese Karten, das ist natürlich das Interessante. Und jetzt gibt es wirklich gewiefte Langfinger. Und die schaffen es, im Vorbeilaufen, während Sie Ihren Geldbeutel in der Gesäßtasche zum Beispiel haben, im Vorbeilaufen über diese RFID-Signale, also Radio Frequency Identification, also über elektromagnetische Wellen, diese Daten auszulesen. Von Bankdaten, von Versicherungsdaten oder auch natürlich die persönlichen Daten. Ein Identitätsklau kann hier praktisch stattfinden, ohne dass Sie das irgendwie merken. Und dagegen kann ich mich jetzt schützen. Und da haben wir Karten in zweierlei Größen. Ich zeige hier jetzt einfach mal meine Gesundheitskarte. Die haben alle so einen Chip. Die Daten halte ich jetzt auch mal sicherheitshalber zu. Dieser Chip, um den geht es. Und den muss ich jetzt schützen. Und das kann ich jetzt mit diesen kleinen Karten. Und die stecke ich jetzt einfach meinen Chip hier rein. Guck mal, so ein bisschen spreizen, reinstecken. Und das Schöne ist, das passt jetzt trotzdem immer noch in das Fach hier hinein. Das heißt, ich habe sie weiterhin im Geldbeutel, aber jetzt geschützt. Katzen gerade rein. So, jetzt ist es geschützt. Und so kann ich eine Karte nach der anderen schützen. Sie sehen, das ist trotzdem hier mit drin. Jetzt ist dieser Zugriff nicht mehr möglich. Warum zehn kleine? Ganz einfach, weil man auch an den Partner denkt. So im Durchschnitt hat man fünf Kreditkarten, Tankkarten oder ähnliches. Und dann zwei große. Das ist auch noch ganz wichtig, weil diese jetzt, diese Taschen haben die Größe des üblichen, nicht Personalausweises, sondern Reisepasses. Auch da kann eben dieser Identitätsklau passieren. Und da stecke ich jetzt den Reisepass rein, in das andere meine Checkkarten. Du siehst, die passen genau rein, jetzt wieder in den Geldbeutel. Du hast nichts Zusätzliches, aber du bist geschützt. Sehr, sehr beliebt. Zwölfteiliges Set. Und ich muss sagen, das macht Sinn. Schützen Sie sich, bevor es dann zu Hause. Und das ist ja auch das Schlimme. Du wirst diesen Diebstahl der Daten immer erst so ein paar Monate oder ein paar Wochen später entdecken. Schützen Sie sich, bevor dann Wochen später das böse Erwachen kommt. Für 6,56 Euro. Ganz, ganz sinnvoll, diese Investition. Viele haben da schon zugegriffen, gerade auch vorm Urlaub. Man merkt es häufig gar nicht, wenn man da in Menschenmassen unterwegs ist. Und du hast es gesagt, das Erwachen kommt dann erst später. Deshalb lieber schützen, vorsorgen mit diesen tollen Schutzhüllen, mit diesen RFID-Schutzhüllen hier für die Karten und für den Reisepass. Also die NX-9210 und die 569, die Bestellnummer. Unser Platz Nummer 5. Gerade ganz, ganz populär, weil das natürlich immer häufiger vorkommt auch. Also ein sehr beliebtes Produkt. Neu eingestiegen direkt auf Platz Nummer 5 unserer Top 5 der Bestseller hier im Programm. Und weiter geht es mit Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 haben wir unsere tollen Solar-LED-Dach-Rinnenleuchten geschafft. Schön schön. Flexibel einsetzbar im Dreier-Set. Die sind unglaublich beliebt und heiß begehrt. Ja, wundert mich auch nicht, weil es die einfachste Art ist, etwas zu beleuchten. Wir arbeiten hier absolut werkzeugfrei, installationsfrei. Das Einzige, was ich machen muss, ist diese Schraube hier entsprechend festzudrehen. Jetzt wahlweise kann ich das natürlich an Dachrinnen, daher der Name, oben am Dach an Dachrinnen befestigen. Hier sehen Sie die Befestigung. Einfach so lange drehen, bis es fest ist. Ich brauche also keinen Schraubenschlüssel, kein gar nichts. Und dann passiert Folgendes. Hier oben, das ist also oben, klar, ein Solarpanel. Der speichert tagsüber die Energie gleichzeitig mit Dämmerungssensor. Sobald hier gemerkt wird, es ist dunkel, dann schaltet sich dieser kleine Bewegungssensor ein. Und dann kommt, sobald eine Bewegung im Umkreis von acht Metern, das ist die Reichweite dieses Bewegungssensor, sobald eine Bewegung registriert wird, gehen diese vier ultrahellen LEDs an. Und dann haben wir es eben ausgeleuchtet. Also keinerlei Installation. Du schraubst es einfach fest auf deine Dachrinne jetzt zum Beispiel. Ich gebe gleich noch ein anderes Beispiel. Wir haben drei Stück von diesen in diesem Set. Du kannst also eine ganze Hausfront damit beleuchten. Ein Weg zum Beispiel zur Wohnungstür wird hier wirklich hervorragend beleuchtet. Und somit ist es die einfachste Art, sich auch im Dunkeln zu orientieren, weil du ja Licht hast. Sobald du kommst, wenn keine Bewegung mehr stattfindet im Dunkeln, dann geht natürlich auch das Licht automatisch aus. Und da sehen wir mal, wie hell das ist. Das sind 150 Lumen Leuchtkraft. Jetzt haben viele auch, da sehen wir es in der Dachrinne, und das darf jetzt auch ein Zweifamilienhaus sein, weil acht Meter Reichweite haben wir ja nach unten. Also jetzt ein vierstückiges Haus hätte es keinen Sinn, weil du ja eine längere Richtung hast. Aber ich denke, das ist auch für ein oder zwei Familienhäuser eben prädestiniert. Wo du das auch problemlos anbringen kannst, ist auf Flachdächern von Garagen. Weil die haben oftmals außenrum so eine Metallschiene. Und da ist immer ein Überstand dran. Und da kannst du das genauso, also nach vorne hin jetzt befestigen, drei Stück über die ganze Länge. Und sobald du nach Hause kommst, hast du den Garagenplatz beleuchtet, gehst auch wieder aus der Garage im Hellen weg und hast dann also wirklich sicheres Licht und schönes Licht. Und das Ganze nochmal, werkzeuglos und absolut installationsfrei. Keine Elektroinstallation, keine Stromkosten, keine Folgekosten. Das ist einfach mal richtig toll. Sicherheitsfaktor ist hier natürlich auch, jetzt nur mal angenommen, es kommen eben nachts die Einbrecher von hinten zum Beispiel, also Gartenbereich, da kannst du es ja genauso anbringen. Und das heißt, dass dein Vordach dann oder dein Vorplatz, dein Garten hinten, sofort beleuchtet wird, sobald jemand in die Nähe kommt. Und das wird schon mal die meisten abschrecken, weil Licht heißt, das Risiko ist da, gesehen zu werden. Und das kannst du eben hiermit erreichen. Also ich finde das eine tolle, tolle Idee. Leuchtkraft hier dann natürlich noch mit der modernsten Technik hier vereint, eben mit Solar, mit Bewegungssensor, mit Dämmerungssensor, ohne Installation. Besser geht's gar nicht. Ja, ganz einfach, also für die Dachrinne eigentlich gedacht, aber kann man dann halt auch, wie Reif gerade so schön erklärt hat, in der Garage zum Beispiel anbringen, am Gartenzaun zum Beispiel anbringen, wenn man möchte. Und man kann das aber auch im Campingbereich für die Dauercamper verwenden. Da haben wir ganz tolle Kundenbeiträge bekommen. Die haben das dann auch fest dann an den Zelten verbaut, weil man hier halt kein Werkzeug verwenden muss. Ja, deshalb gleich zugreifen, das Dreier-Set für Sie zum Spitzenpreis. Das war unser Platz Nummer vier. Hier ist gerade ein sehr, sehr beliebtes Produkt, liebe Zuschauer. NX5564569 und wir gehen gemeinsam aufs Treppchen in dieser Top fünf der Bestseller. Hier kommt Platz Nummer drei. Und auf Platz Nummer drei haben wir einen Full HD Camcorder der Spitzenklasse. Perfekt natürlich, um die privaten Momente, die Urlaubsmomente, danke Diana, die privaten Momente dann festzuhalten. Ach, der ist so schön. Der ist erstens mal schön und unglaublich leicht. Den kann ich jetzt wirklich stundenlang herumtragen. Der wiegt knapp über 160 Gramm. Der stört mich nicht. Er ist unglaublich einfach zu bedienen. Aber jetzt, bevor wir über den Camcorder reden, möchte ich erst mal über eine andere Sache reden. Wie machen Sie Ihre Urlaubsbilder? Wahrscheinlich mit dem Smartphone. Was passiert dann? Du filmst mal was Schönes, zehn Minuten, plötzlich Akku geht zur Neige oder Speicher voll. Und deshalb ist so eine ultra leichte Full HD Möglichkeit hier, Camcorder, so beliebt. Und jetzt ist die Bedienung ganz einfach. Ich klappe auf und sofort heißt mich mein Camcorder willkommen. Und dann habe ich jetzt auch schon, hier sehen wir jetzt mal mich, mein Bild wirklich hervorragend und super scharf. Mit jetzt allen Bedienungselementen im Display. Und das ist ein Touch-Display. Also hier ein resistiver Bildschirm mit leichtem Druck. Also nicht nur mit Berühren. Sehen Sie, berühren kann ich. Da passiert nichts. Ich muss leicht auf die Menüleiste drücken und kann dann alles einstellen. Aber wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, ja, da sehen wir, mit dem Daumen kann ich alles bedienen. Die Aufnahme starten, die Aufnahme stoppen. Menü-Funktionen habe ich auch hier drin noch. Zum Beispiel auch einen 8-fach Digital-Zoom, den ich jetzt hier oben auch einfach mit einer Hand bedienen kann. Das ist also wirklich so kompakt und so leicht, sodass es auch wirklich ein Kinderspiel ist, für jedermann perfekte Urlaubsvideos hier mit zu drehen. Oder dann sogar Fotos zu schießen. Interpoliert haben die da eine Qualität bis zu 20 Megapixeln. Und das ist sensationell. Und jetzt reden wir nicht nur vom Urlaub, Kathi, sondern wir kennen auch alle die Familienfeste, wo wir mal ein paar Videosequenzen drehen wollen. Und wenn du da immer mit dem Smartphone rumläufst, das ist auch sehr unhandlich zu tragen, weil du brauchst ja immer zwei Hände. Und hier kannst du das ganz einfach an einer Hand aufklappen und jetzt hier oben bedienen, dran zoomen, hinten starten und alles andere. Auch natürlich Weißabgleich automatisch, aber auch den Digital-Zoom hier oben oder dann verschiedene Effekte einstellen. Das geht alles komplett unproblematisch. Und ich würde sagen, du brauchst für dieses Gerät nicht mal eine Bedienungsanleitung, obwohl die natürlich vollumfänglich dabei ist. Aber da probiert man alles aus und dann ist es so kinderleicht und so. Es gibt so ein schönes Wort, das trifft sich aber auf den Punkt, idiotensicher. Und ich kann so hervorragende Aufnahmen machen bis zur Full-HD-Qualität. Und wenn ich dann auch noch will, kann ich es noch mit dem WLAN verbinden, also das heißt ein eigenes WLAN aufbauen und dann mit meinem Smartphone verbinden. Dann kann ich sogar die Bedienung auch vom Smartphone aus noch zusätzlich machen für Selbstaufnahmen oder ähnliches. Also das ist unglaublich, sollte in jedem Haushalt, für die Familienfeste, für den Urlaub, für die außergewöhnlichen Momente, die man hier eben digital festhalten möchte. Und schau mal, die Aufnahmen, wie toll die sind. Wahnsinn, oder Ralf? Ja, du siehst jedes Detail. Guck mal, die Wölkchen da hinten, nur die Kanten der Wolken, das ist unglaublich scharf. Und selbst im Vordergrund, die Pflanzen eine unglaublich hohe Auflösung. Ja, herrlich. Da werden die Aufnahmen im privaten Bereich noch schöner. Und du hast was so Wichtiges gesagt. Ich finde es ja auch immer ganz, ganz entscheidend, dass Technik einfach zu bedienen ist. Und hier haben wir so ein Gerät. Das machst du an, du klappst es auf und es funktioniert sofort. Das ist das Schöne. Man hat quasi nur ein, zwei Tasten, die man bedienen muss. Man weiß sofort, wie es geht. Und der ist so schön leicht. Sie werden es lieben, damit Aufnahmen zu machen, den auch mitzunehmen, dann in den Urlaub, dann auf die Privatfeiern vielleicht, wo sie Fotos oder Videoaufnahmen machen. Weil der ist einfach so handlich, so schön, ja. Und jetzt nicht für 200 Euro, sondern für 85,41 Euro. Der ist ganz neu bei uns und richtig toll. Was ich hier auch so schön finde, ist, ist Ihnen das aufgefallen? Sie können, schauen Sie mal, düpp, düpp, das Display umdrehen, ja. Und das ist natürlich auch, wenn Sie mal so einen Schwenk machen wollen. Sie kennen das vielleicht gerade im Urlaub, wenn man mal so was abfilmt. Und man auch mal so ein paar Worte selber in die Kamera richten möchte. Dann dreht man das nämlich so um. Und dann kann man auch so sagen, hallo, ich stehe hier gerade am Buffet. Habt ihr euch gerade mal gezeigt? Das Wetter ist wunderschön. Die Aufnahmen, das ist ganz, ganz toll. Sieht ja alles gerade ganz toll aus. Und jetzt Frau Steiner sendet Videos vom Buffet. Ja, nee, das macht man aber im Urlaub ganz oft. Oder erzählt mal was. Ja, wir sind hier gerade am Pool. Was hier auch noch schön ist, Katja. Wir sind hier gerade schön auf Mallorca. Das kann man dann auch mal so reinsprechen. Und dann kann man sich auch selber sehen, weil man diesen Bildschirm endlich umdrehen kann. Das ist toll. Und das speichere ich alles auf einer SD-Karte. Die bitte separat dazu bestellen. Aber die Aufnahmen kann ich auch direkt jetzt auf dem Fernseher von der Kamera weg. Weil wir haben hier auch einen Mini-HDMI-Anschluss. Kann ich direkt auf den Fernseher oder Beamer drauf. Also alles, was ich technisch brauche, beinhaltet dieser Camcorder. Und das ist eben die neueste Generation. Und jetzt auch absolut bezahlbar. Ja, das ist so toll. 85,41 Euro, liebe Zuschauer. Deshalb zugreifen heißt es da. Also fantastisch. So ein toller Platz Nummer 3, den wir hier für Sie haben, liebe Zuschauer. Mit der NX 43, 56, 5, 6, 9. Also der begeistert mich richtig, weil er so schön handlich ist. Es macht richtig Spaß, den zu bedienen. Deshalb, oh, richtig gut. Da werden Sie richtig viel Freude mit haben. Kann ich verstehen, warum da schon viele zugegriffen haben. Bestellen Sie sich den nach Hause. Toll, toll, toll. Wir machen hier aber weiter. Wir sind ja in der Top 5 der Bestseller. Und hier kommt Platz Nummer 2. Ja, und auf Platz Nummer 2, da haben wir hier einen Vibrationstrainer. Und zwar einen Vibrationstrainer der absoluten Spitzenklasse. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier sensationell, muss man sagen. Und dann muss ich Sie direkt bitten, vorzubestellen. Sie sehen es jetzt schon eingeblendet. 123,41 Euro. Hier der TV-Sonderpreis für Sie. Oh, das ist natürlich so ein Modell bei dem Preis. Ja, wer da einen Vibrationstrainer haben möchte, der muss hier einfach zugreifen. Ja, und wie wirkungsvoll Vibrationstraining ist, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Wer es noch nicht selber ausprobiert hat, hat es zumindest schon mal aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis gehört. Es ist unglaublich effektiv. Drauf stehen und sofort nach wenigen Tagen eine Veränderung feststellen. Aber ich muss es noch mal sagen, in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis haben Sie uns komplett überrannt mit Ihren Bestellungen. Die nächste Lieferung kommt jetzt am 22.8. Die ist auch schon wieder zum Großteil ausverkauft. Und dann heißt es, bis zur Adventszeit bekommen wir keine neue Lieferung mehr. Also jetzt ist die letzte Möglichkeit, hier noch mal zu profitieren. Hier sehen wir schon mal ganz professionelle Anwendung für die Jungen. Ja, auch mal Liegestütze oder für die jungen Gebliebenen, die hier auch den Oberkörper noch mal trainieren wollen. Der Unterschied hier zum Beispiel zu Liegestützen auf ganz normalem Boden ist, dass es unglaublich viel effektiver ist. Man macht viel, viel mehr damit mit einer Liegestütze, als wenn man die auf dem trockenen Boden machen würde. Weil durch diese Vibration natürlich auch sämtliche anderen Muskeln und diese Armmuskulatur, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur gleichzeitig noch mal angeregt wird zusätzlich. Aber jetzt bin ich in einem Alter, ich würde keinen Handstand mehr drauf machen. Ich möchte auch nicht unbedingt Liegestütze machen, ab und zu mache ich. Für mich ist die Grundhaltung schon mal wirklich ganz, ganz toll. Ich mache jetzt Vibrationstraining seit über zwei Jahren und ich muss sagen, ich fühle mich einfach fitter. Man fühlt sich besser und das nur dadurch, dass man zehn Minuten am Tag hier in der Grundstellung draufsteht. Das heißt, die Knie leicht angebeugt draufstehen, Vibrationsstärke einstellen, wie Sie sie möchten. Nach ihrem Fitnesszustand zwischen 1 und 99 haben wir hier also 99 Vibrationsstärken, die wir einstellen können. Und so ist es wirklich für jedermann geeignet. Für mich das Ziel war, nicht die Olympiade zu gewinnen. Ich will auch kein Profifußballer mehr werden, sondern für mich das Ziel war, mich persönlich besser zu fühlen. Es gibt den schönen Satz, wer rastet, der rostet. Das habe ich irgendwann mal gemerkt. Und auch der Arzt sagt, ach, alles okay bei Ihnen insoweit, aber ein bisschen mehr Bewegung würde auch Ihnen nicht schlecht tun, würde Ihnen gut tun. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss was machen. Ich habe mich bewusst und zwar und jetzt voller Überzeugung fürs Vibrationsstraining entschieden. Und ich habe es noch keinen Tag wirklich bereut, weil es ist, ich habe in meinem Leben wirklich schon viel, viel trainiert, auch sportlich gemacht, in meiner Jugend natürlich. Es ist für mich die effektivste und auch einfachste Methode, sich selbst fit zu machen oder auch fit zu halten, eben so, dass ich mich wohlfühle. Wie gesagt, es geht nicht darum, Kati, dass ich jetzt noch irgendwelche Rekorde brechen will oder irgendwie Waschbrettbauch will ich auch nicht mehr. Ich will mich einfach gut fühlen und das erreichen auch Sie. In wenigen Tagen, schon nach wenigen Tagen und Wochen wird man hier das ganz, ganz klar merken, wenn Sie sich jetzt für den Vibrationstrainer entscheiden. Ja, und da müssen Sie bitte vorbestellen. Sie sehen es, 123,41 Euro, das ist so ein Spitzenpreis für ein tolles Gerät mit 99 Vibrationsstufen. Sie haben die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei, um das Gerät auch von oben zu steuern. Sie haben auch die Trainingsexpander zum Training der Arme im Lieferumfang mit dabei für 123,41 Euro TV-Sonderpreis. Bitte vorbestellen, damit sichern Sie sich auch den TV-Sonderpreis. Jetzt gleich in die Leitung gehen unter der 0180 51 51 3 mal D2. Nennen Sie einfach die Bestellnummer, die NX 72 56 56 9 und dann ist Ihnen der Preis von 123,41 Euro sicher. Die Lieferung kommt am 22.08. und wenn Sie jetzt vorbestellen, sind Sie dann auch noch bei der Lieferung im August mit dabei. Ja, aber bitte jetzt vorbestellen. Wir wissen nicht, wie lange das überhaupt noch geht. Ansonsten, Sie haben es gehört von Ralf, kommt die nächste Lieferung dann erst wieder im Vorweihnachtsgeschäft. Ja, also jetzt zugreifen. Machen Sie es wie ich, machen Sie sich ein bisschen fitter mit wenig Aufwand. Ich mache das übrigens immer morgens, aber Sie haben die Freiheit morgens, mittags, abends, nachts, wann immer Sie wollen, weil Laufruhe ist auch da, ich störe die Nachbarn nicht. Und ich mache es morgens genau aus einem Grund, weil beim Sport werden auch Endorphine erzeugt, also diese Glückshormone. Und man geht dann auch viel besser gelaunt in den Tag. Und man wird auch immer, immer besser gelaunt, wenn man das regelmäßig macht und wenn man sich dann richtig gut fühlt. Und das können Sie auch. Sie müssen nur jetzt ans Telefon. 0, 1, 8, 0, 51, 51, dreimal die 2. Sichern Sie sich den beliebtesten Vibrationstrainer hier bei uns mit der NX 72, 56, 569. Unser Platz Nummer 2 in den Top 5. Der Bestseller hier bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Ein Top-Gerät, deshalb jetzt gleich zugreifen, vorbestellen. Das macht richtig Spaß und Sie werden richtig fit werden. Wow, das ist so eine tolle Top 5, die wir hier heute haben mit den Bestseller-Produkten. Und Sie sind wahrscheinlich jetzt schon ganz gespannt und aufgeregt, welches Produkt es auf Platz Nummer 1 geschafft hat. Hier kommt er, hier kommt Platz Nummer 1. Platz Nummer 1, das ist eine Handy-Uhr, eine Smartwatch, Ralf. Richtig, das sind gleich zwei Artikel, die du auf einmal genannt hast, Handy-Uhr und Smartwatch und ich werde Ihnen jetzt den Unterschied erklären. Also erstens mal haben wir hier schon mal vier Geräte in einem. Als erstes eine wunderschöne Uhr, das sehen wir jetzt mit einem Display, das ich mir auswählen kann. Wir haben drei schöne Outfits, die ich mir aussuchen kann. Einfach durch Antippen wechselt das Outfit. Das ist übrigens mein Lieblingsoutfit. Jetzt habe ich hier aber auch ein autarkes Telefon drin, einfach an meinem Handgelenk. Ich kann hier eine SIM-Karte vertragsfrei einlegen, weltweit und kann jetzt hier mit meiner Uhr ganz einfach telefonieren und zwar mit dem Handgelenk. Gleichzeitig haben wir hier auch noch eine weitere Option und die ist hier versteckt. Das ist die dritte Funktion, da sehen Sie eine Linse. Ich kann jetzt jederzeit, wenn ich eine Micro-SD-Karte als Speichermedium hier einlege, mit meiner Uhr Fotos oder Videos machen. So, soweit sind wir schon mal. Also Uhr haben wir, Kamera haben wir gesehen. Jetzt gehen wir mal aufs Telefon. Das geht ganz einfach drüber streichen. Jetzt anrufen oder auch natürlich die Einstellung über das Adressbuch. Aber wir haben noch eine weitere Sache und wenn ich jetzt noch mal drüber wische, dann sehen Sie das. Jetzt sind wir schon mal in einem Menü, das aussieht wie bei einem Smartphone. Und das ist es eben. Jetzt kann ich mich per Bluetooth mit meinem Smartphone, es muss nur Android betrieben sein, verbinden und bekomme jetzt natürlich alle Push-Nachrichten, die ich sonst nur aufs Smartphone bekomme, hier auf mein Handgelenk. Und das Ganze wirklich wunderbar übersichtlich auf diesem großen Farbdisplay. Zusätzlich haben wir da auch noch was, möchte ich Ihnen jetzt auch mal kurz zeigen. Das ist natürlich ein Schrittzähler, also praktisch auch ein Fitness-Armband, bei dem ich auch jederzeit alles kontrollieren kann. Und Sie sehen, einfach durch den Knopfdruck gehe ich wieder zurück aus dem Menü, habe beim ersten Knopfdruck immer meine Uhr, habe das Telefon, habe die Smartwatch-Funktion. Und hier übrigens, da sehen Sie es jetzt auch, jetzt sind gleich hier in diesen Bedienelementen zwei Kameras. Einmal, das hier ist die Kamera für das Gerät, also um diese Kamera zu benutzen. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir noch eine Kamera hier. Und das ist die jetzt zur Fernsteuerung von meiner Smartphone-Kamera. Also auch das ist hier jetzt wirklich, Selfies mal aus 10 Meter Entfernung zu machen, geht kein Problem. Ich sehe hier dann auch ein Vorschaubild. Und wenn ich bedenke, was am Anfang für ein Hype war bei Smartwatches, die wirklich nur diese Bluetooth-Optionen hatten und die dann 300, 400, 500 Euro gekostet haben, dann muss ich sagen, das hier ist natürlich das absolute Highlight. Für 33,16 Euro bekomme ich eine richtig schicke Uhr. Ich bekomme eine Kamera, die ich hier habe, natürlich hier auch einen Videoplayer drin. Ich kann die Videos und Bilder auch gleich anschauen. Und ich bekomme ein autarkes Telefon. Zusätzlich auch noch eine Smartwatch. Sobald ich mich per Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden habe, habe ich auch diese Option vollumfänglich zur Verfügung. Mit sämtlichen Push-Nachrichten, die ich bekomme. Und dann auch noch ein Fitness-Armband. Und das ist ja eigentlich noch eine fünfte Funktion, die hier mit drin ist, dieser Schrittzähler mit 3D-Sensor. Also Sie sehen, das ist ein unglaubliches Gerät, was in jeder Lebenslage arbeiten kann. Hier sehen wir jetzt übrigens ein Foto über Bluetooth. Also diese externe Steuerung der Fotooption auf dem Smartphone. Und das kann auch mal richtig viel Spaß machen. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 130 Euro für diese Handy-Uhr, diese Smartwatch, liebe Zuschauer. Und 130 Euro für dieses Multitalent, kann man schon sagen, ist schon ein sensationeller Preis. Aber wir haben hier den TV-Sonderpreis. Aufgrund der großen Stückzahl, die wir hier auch eingekauft haben vom Hersteller, können wir Ihnen jetzt hier einen ganz tollen Spezialpreis anbieten. 33,16 Euro. Und da wird natürlich reichlich zugegriffen. Schauen Sie sich das noch mal an. So sieht sie im Original aus. Da sind die unterschiedlichen Uhrendesigns. Ralf hat es uns gezeigt, die man auswählen kann. Dann einfach ganz intuitiv drüberwischen. Dann einfach mal telefonieren, wenn Sie möchten. Oder dann selbstverständlich hier auch die unterschiedlichen ganzen Anwendungen nutzen. Die Presse ist auch begeistert. Sie können jetzt schon mal zugreifen. Hier das Fazit von einem Test, die Sim Valley. Überrascht. Das Gerät ist nicht nur eine vollwertige Smartwatch, sondern bietet einen SIM-Kartenschacht zum Telefonieren. Den haben viele Konkurrenzmodelle wie die Apple Watch nicht. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet sich aktuell wohl bei keiner anderen Smartwatch. Und das schrieb O2, ja? Das müssen Sie mal überlegen. Und die kennen sich ja damit aus. Also hier, für diesen Sensationspreis, 33,16 Euro, bitte zugreifen. Unser Platz Nummer 1, gerade heiß begehrt, die PX 39,14 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Sie dürfen auch gleich zwei bestellen, wenn Sie möchten, oder drei. Wenn Sie sagen, oh ja, für meine Familie. Vielleicht hat sich da auch jemand so ein Traumexemplar bisher gewünscht. Das war preislich bisher nicht drin. Jetzt bei uns zum TV-Sonderpreis gleich bestellen. Unser Platz Nummer 1 in den Top 5 der Bestseller. Und das waren Sie schon wieder. Tolle Produkte, die wir Ihnen da heute zeigen durften.